Ja, weil ich mich gekontert Ja, das sieht gut aus Jawohl Wird das ihn erledigen? Das könnte gut sein, oder? Nein, schade Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde Zu einer neuen Folge Street Fighter 6 Wir spielen weiter online ranked mit Marissa Also ohne viele Worte, legen wir gleich los Okay, unser Gegner Kemi Zum Glück war der Ping, okay Ja Okay Ja Weil ich mich gekontert Ja Ja Sieht gut aus Mensch Die hat den klassischen Kemi-Kostüm Der sieht natürlich ziemlich cool Ja Ja Nochmal Oh Ja 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 Haha Schade Okay Okay Haben wir Das dauert aber ein bisschen Irgendwie das Laden da Aber ja Oh, der verlässt Schade, schade Ähm GG Schade, dass du kein Remage haben willst Aber ja, suchen wir uns den nächsten Gegner Okay Okay Ken Ken Ja Wieso habe ich ihn jetzt nicht getroffen Mit dem Fuß Okay Hat ja wirklich gut ein CR drauf Komm mich nicht hinterher Hm Oh God Oh God Mensch Oh, der spielt mit Nicht mit klassischen Moves Sondern mit dem modernen Also mit dem easy Moves Okay 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 Okay, haben wir. Ja, wie gesagt, er spielt mit den modernen Moves, also nicht mit klassischen. Nein. Oh Gott. Na komm, warum kann ich denn da auch nicht reinballern, das Ding? Ja. Nein. Nein. Okay, Mensch, sieht doch gut aus. Oh, das hat mich erwischt. Ja, mit einem Klick, ne? Das hat die nicht erwischt, was? Was? Ja. Nein. Hey, come on! Ja. Ich hatte eigentlich jetzt geplant, meinen Ulti aufzuzünden in der Combo, aber das ist nicht rausgekommen. Schade. Echt schade. Ich hab halt grad den Wurf geblockt. Blockt. Schon wieder. Hier ist er war. Nein. Kam nicht raus. Im Combo. Auch hier. Kein Fuß. Oh Gott. Mensch, nicht dein Ernst. Ja. Jawohl. Warum kam mein Fuß jetzt nicht durch? Wo waren die Hitbox? Was? Ist jetzt nicht euer Ernst. Schon wieder. Oh, Schmerz. Oh, Schmerz. Geblockt. Das war ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Hey. Schade. Ja, das sieht gut aus. Hey. Ja, hab ich mir gedacht. Oh Gott. Ja, super, kam wieder nicht raus. Aber gut, wir haben's geschafft. Ja, schön. GG, Ken. GG. Das war ein bisschen ärgerlich in der, äh, ja, im letzten Match, dass da mein Fuß ihn nicht erwischt hat, aber ja. Suchen wir uns den nächsten Gegner. Okay, unser nächster Gegner, Kimberly. Ich muss ehrlich sagen, gegen die hab ich nicht einmal gespielt. Ich weiß auch nicht, was ihr da macht. Boah. 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 ach die macht nur niedrige schläge okay ich verstehe wahnsinn meine nase aber das war übelst knapp ja das sieht gut aus niedriger schlag ja die hat irgendwie knöpfe gedrückt deswegen hat der wurf ein bisschen mehr schaden gemacht und er verlässt echt warum war doch interessant zu spielen aber ja gg suchen wir uns den nächsten gegner okay nächster gegner hat das könnte sehr schwer sein oh god falsch move oh god falsch move ok kann ich auch boah was war es für mich ja 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 mensch spannend ja 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 Oh Okay. Ja? Okay. Boah. 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 Echt? Okay. Wow. Sehr spannend gegen den Ed. Okay. Nice. Wow. Ja. Mus dich, mus dich. Da, komm schon. Oh Gott. Oh Gott. Mensch, super spannend gegen ihn. Okay. Okay. Jawohl. Wird das ihn erledigen? Das könnte gut sein, oder? Nein. Schade. Wahnsinn. GG. Äh, GG. Auf jeden Fall ziemlich spannendes Match, meine lieben Freunde. Und ich würde auch sagen, wir machen hier Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf weitere Street Fighter 6 Online Matches habt, würde ich euch die Videos empfehlen. Wenn ihr Bock auf Mortal Kombat Kampfliga, denn da probiere ich einen neuen Cameo aus. Dann das Video und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao, ciao. Bis dahin.